Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Banoki und Shogi Banoki zockt heute wieder für Bärenherz. Wir spielen heute Memory und ein paar Spender haben sich auch gefunden, die das Spendenkonto auffüllen und wir werden um 10 Euro spielen heute wieder. Mal gucken, wer sie zahlen muss und wer bei Memory loost. Oh, ihr habt es schon aufgebaut? Wer fängt an? Ich bin so schlecht bei sowas. Der Jüngste. Der Jüngste fängt an, also der Pugel. Das passt denn? Sehr gut. Okay, nochmal. Hä? Das wäre ich jetzt aber auch. Mit Bidder-Motiven ist er total schrecklich. Werden die mathematische Formeln nieder. Ja, definitiv. Zahlen zumindest. Ich glaube, das bleibt bei den Pärchen vom Rest des Jahres. Das ist echt nicht so einfach. Das ist jetzt Speed-Memory, das zu spielen ist. Das ist gar nicht. Ah! 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 Oh! Das ist fast der Elbe. Ja, ja. Hosse, du kannst es jetzt machen. Du kannst es jetzt machen, Hosse. Oh! Oh! Jawoll! Josef! Ja, den hatten wir auch schon! Nicht! Also, ich sehe es kommen, dass... Ja, ich habe es nicht gesehen! Oh, oh, oh! Äffchen und Löwe mit Löwenbaby. Ich sehe es schon kommen, dass wir abschließend nicht keins haben. Nur weil du leidig bist jetzt, weil ich eins habe. Ja, das ist richtig. Das macht ja nichts. Pure Eifersucht. Oh! Sober! Aha! Oh, ich will die Robbe! Warum willst du die Robbe? Also, was Süßes oder was? Oh, scheiße! Uh! Oh, oh, oh! Das Schnutzvieh hatten wir schon, ne? Das habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ich würde sagen, wir patchen, ne? Oh, verdammt. Ja, genau, da hinten. Da war es scharf. Guck mal! Da? Oh, Junge! Leider ist Sascha dran. Leider ist Sascha dran. Schade! Warte mal! Dann nehme ich mal das hier und dann... Nein! Nein! Das sind blöd, irgendwie. Aber die Robbe kriege ich! Oh, guck mal! Oh! Oh! Und die Robbe? Oh! Ja, ja, die Robbe! Habe ich doch gesagt. Okay, okay. Pinguin hatten wir auch schon. Ja. Hatten wir auch schon. Hier in der Ecke, glaube ich. Wo war das? Das war ein Pferd. Was war das? Das war das Pferd. Okay. Ich glaube, dass mit den Vögeln nicht ging. Der ist doch nicht da. Ja, aber ich habe doch keine Ahnung. Der Hamster war... Hamster, 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 komm schon. Das weiß doch jeder, dass da der Hund ist. Scheiße, das ist doch kein Hamster. Die Egel sind da, genau. Jetzt war ja die Ente schon viermal. Genau, die Ente wurde... Komm, ich mach mal so. Oh, Hamster, 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 Hamster. Komm schon. Das wüsste ich mal so abweg zu. Ja, das wüsste ich auch. Ich bin vorher dran. Ja, ich wüsste das auch. Ich hab dann ja nicht aufgepasst. Ich wusste das auch, ja. Natürlich, die Pferde wieder. Hamster, 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 Hamster. Mensch, ich hätte das auch gewusst. Hamster, Pinguin, Hamster, Hamster, Hamster. Guck mal, der hat gesagt. Der Abstauber. Na, die Giraffen ist doch einfach. Was ist das denn? Schweinschen? Schweinschen. Oh, guck mal hier. Die Bratwurst. Ja, sieht aus wie du. Nur hübsch. Oh, sehr gut. Auch ein blindes Hund darf mal ein Korn trinken. Der Hase. Warte mal, ich hab dich gesehen. Was ist das? Oh, der Hase. Der Hase. Der Hose hat den Hase. Ohhhhhhhh. Ja. Wahnsinn. Oh, Kätzchen, 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 Kätzchen. Kätzchen, Kätzchen. Kätzchen, Kätzchen. Leopard. Leopard. Löwe. Löwe, Löwe. Oh, Löwe, Löwe, Löwe. Oh, oh, oh. Ohhhh. Ohhhhh. Hat er das denn gemischt, ey. Keiner. Lewe, Chicken McNuggets, nein. Was war das? Zebra. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Das hat man noch gar nicht gemacht. Nein, das gibts doch auch nur einmal. Der letzte Klopfer dazu holst du das zählen. Chicken McNuggets, Chicken McNuggets. Ente, Ente, Ente. Sauer. Oh. 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 Und. Ah. Da haben wir die Ente. Chicken McNuggets, Chicken McNuggets. Und. Oh. So geht das. Bäm. Machst du das hauptberuflich? Ja, Karten umdrehen. Chicken, chicken. Bäm. Babys. So geht das. Jetzt geht's ab hier. Ente und. Nein. Was ist das? Bambi. Das Bambi hat sich verlaufen. So. Jetzt hast du es. Meine Ente geht weg. Nur weil ich so klein bin. Ende, Ende. Ende, Ende. Kätzchen. Und Marc, findest du scheiße, dass es noch keine Karte ist? Ja, ich find's total kacke. Oh, Amster, Amster. Amster, Amster, Amster. Hast du die Finger weg? Hast du die Finger reingefressen? Jetzt hätt ich mal was gewusst. Also als Mentalist ist es auch schwierig. Oh. 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 Bambi. Oh. Ich hab schon keinen Bock mehr. Ja, den ganzen Tag genau, hoffentlich wird's keiner wehlen. Hoffentlich wird's keiner wehlen. Hoffentlich wird's keiner wehlen. Schimpanzel und Igel. Ja. Ach Mann. Womö willst du den auch in... Mann, der Scheiß. Oh nein. Woll ich den. Soja, jetzt würde ich... Oh! Mann, Elad, nein! Ich hab gar nicht aufgepasst. Ja, hättest du mal. Jetzt ist doch der wieder. Das ist nicht der! Das ist nicht die Karte, die du haben willst. Habt ihr Spaß, ja? Jaaaa! Ich bin Glücklich! Ich bin Glücklich! Kann mir einer 10 Euro leihen? Ja, ich weiß nicht. Ich hab noch keinen anderen Frosch gesehen, glaube ich. Ich hab noch einen Rucksack. Konzentrier dich. Hey, konzentrier dich doch bitte mal. Das gibt es doch nicht... Naja komm! Also! Lass ihn! Lass ihn mit Ruhe! Er kann dafür nichts! Ooooooohh! Wer war das, wer war das? Frosch! Oooooohh! Oioioioioi! Lilo Tiffi! Was war das? Das war Leopard. Ah, der Leopard. Der Mentalist freut sich, weil er ihn gleich abräumen kann, wenn er nicht dran kommt. Jetzt aber! Jetzt ist dein Moment! Jetzt ist dein Moment! Da ist er! Oh nein, scheiße! Oh Mann, ey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Jawoll! Okay, einigen wir uns auf Unentschieden. Ja, der Marc Hagenbeck muss leider 10 Euro latzen. Richtig cool. Aber auch sehr gerne, ne? Ist ja für guten Zweck. Kaufmännischer Angestellter. Marc Hagenbeck muss für Bärenherz bezahlen. Habe ich getan. Da, hier, guck mal. Marc Hagenbeck musste Bärenherz bezahlen. Und ja, macht ja nichts. Kann mal passieren, ne? Schaut demnächst wieder rein, wenn es heißt Schoki Banuki zockt für Bärenherz. Tschüss! Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sónung. Untertitelung des ZDF, 2020